Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Avatar für mein sprechendes Tagebuch habe ich heute bewusst gewählt, wer mich kennt, weiß, dass ich mich seit mehreren Wochen selbst beobachte, versuche herauszufinden, wer ich bin. Ich versuche das alles erstmal ohne eine Situation zu bewerten oder jemanden öffentlich anzugreifen. Ich habe zehn Jahre lang Medikamente bekommen, die meine Erinnerung unterdrückt, aber nicht betrachtet haben. Ich habe sie von mir aus abgesetzt, mach das bitte nicht nach. Während ich die Medikamente absetzte und meine Erinnerungen mit einer Wucht in mein Leben traten, wusste ich, wenn ich nicht selbst versuche, einiges aufzuarbeiten, dann werde ich nie ein halbwegs normales Leben führen. Ich wollte weder noch einmal 24 Stunden am Tag schlafen, noch wollte ich jeden Tag Gedanken, sie mir selbst nicht gut taten. Und was ich aber auch nicht mehr will, ist schweigen. Schweigen, weil andere mich der Lüge bezichtigt haben. Schweigen, weil andere eine Wahrheit, die sie nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen, einfach mal zu einer Lüge machen. Dieses Bild ist so schwarz, wie meine Seele sich täglich anfühlt, der Spiegel. Ein Versuch mehr, über diese Seele zu erkunden. Genug geredet, meine erste schlimme Erinnerung aus der ersten Schulklasse ist. Der Hausmeister hat etwas mit mir getan, was einem Kind in diesem Alter nicht mal im Traum passieren sollte. Ich werde darauf auch nicht weiter eingehen, weil auf Social Media auch Kinder sind. Aber ich denke jeden Tag daran. Ich frage mich, habe ich mich deshalb bereits in der ersten Schulklasse seltsam verhalten? Oder ist mir das passiert, weil ich da bereits seltsam war? Diesen Monat habe ich noch einen Termin mit meiner klinischen Psychologin. Ich werde es herausfinden. Und nein. Ich glaube, ich habe nie darüber geredet und wenn, dann war ich wohl nicht laut genug.